Es ist der erste Advent und ein neues Kirchenjahr beginnt, Jahr A im katholischen Lektionar. Zeit um sich für die Schriftlesungen und den Lektorendienst neu zu begeistern. Wie wunderbar, dass die einzelnen Lesungen vor dem Volk Gottes wieder lebendig werden und dass die großen Momente und Figuren der Heilsgeschichte wieder vor uns treten. Ich bin seit vielen Jahren Rektor in einer Domfahrei. Jede Woche im kommenden Jahr werde ich die drei Sonntagslesungen am Vorabend proben und aufnehmen. Es wäre mir eine Freude, wenn diese Tonaufnahme für Sie als Lektor, Lektorin, Zuhörer, Zuhörerin oder Vorsteher ein Impuls sind, ein Objekt der stillen Betrachtung oder der Diskussion. Kommen Sie also mit mir durch das neue Kirchenjahr. Hören wir die Texte in uns lebendig werden und tragen wir sie vor, als ob sie ein Aufruf wären. Eine brennende Frage, denn das sind sie. Sie sind keine toten Buchstaben, sondern Wort des lebendigen Gottes. Eine Brennende Frage, denn das ist schon bei dem Fassier. Vielen Dank.